Hallo, herzlich willkommen Ladies and Gentle Gamers. Wir sind wieder hier bei JustJump. Ich habe, guck mal, Bayer, hier fehlt ein Schild. Ich habe hier aus Versehen ein Schild vorhin weggemacht. Ich weiß, dass bloß nicht mehr was dran stand. Du hast ein Bett in der Hand. Hau dich im Bett, weißt du? Kissenschlacht. X-Kissenschlacht. Ey, du Penner. Abbiss dich. Ja, fang doch lieber mal an hier, ey. Du hast schon angefangen, schon vergessen oder was? Ja, dann würde ich einfach sagen, go, oder? Ich bin doch zuerst. Ey, warte, ich muss erst mein Durim essen. Was? Mein Durim. Kennst du nicht Durim von Heilbronn Böckinge? Beste Durim-Lahn. Ne, Scherz, man. Es drängt voll an, es geht nicht voll auf den Platz. Ey! Nein! Verdammt. Jetzt müssen wir wieder mit Shift, deine Scheiße. Boah. Ah, Mann, Aküm. Ich nehm dich von hin, ich sag dir. Boah. Ja, das ist voll übel jetzt mit dem Shift, ey. Boah, Alter, der zweite Sprung da, oder der dritte Sprung ist voll übel. Ui. Hau ab. Ah, scheiße. Jetzt bin ich selber runtergefallen. Geht los. Ja, die Leiter ist wenigstens schön kurz, ne? Oh, fuck. Jetzt wollte ich so um die Ecke springen. Das geht gar nicht bei Eis. Boah. Boah. Der Bayer, was ich mir so überlegt habe, wegen unserem, äh, wegen unserer Strafe, dass wir das vielleicht lassen, weil es, ich, ich, es gibt ja schon so Dinger wie Sand am Meer, dass wir dann einfach nur sagen, der Gewinner darf die nächste Map aussuchen, oder irgendwie sowas. Was? Reh. Hä? Reh. Wie Reh? War weg. Wie du warst weg? Haha, Scherz. Was warst du für eine Scheiße? Bleib mal stehen jetzt da hinten, lass mich mal was probieren. Hast du es jetzt ausprobiert? Boah. Boah. Alter Schwede. Ja, und was sagst du dazu? Ja, und was machen wir dann? Wie, was machen wir dann? Ja, hab ich doch gesagt. Sag mal. Woll dich draufhauen. Ja, ja. Ich hab doch gesagt, also anstatt durch Bestrafung, dass wir dann sagen, der Gewinner darf dann einfach die nächste Map aussuchen, wo wir dann hochladen. Okay. Das ist eigentlich eine coole Idee. Ja, gell? Weil, so Bestrafung gibt es wirklich wie Sand am Meer. Ja. Und meistens sind es eh immer die... Alla, du. Sind es eh immer die gleichen. Oh, das gibt's doch nicht, dass wir jetzt schon wieder abkacken bei dem ersten Ding. Ich hab's mir auch grad gedacht. Alles dumm ist beim Eis. Du läufst voll langsam los. Ja. Na ja, klar. Man rutscht halt so ein anderes Ding. Alter, ich... Oh, ich brauch bessere Musik. Äh, ich hab einen Doppelsprung gemacht und hab's trotzdem nicht geschafft. Ey, der Film im Kino, den ich unbedingt gucken will, gell? Welcher? Und der läuft schon mit, äh, mit Rock Johnson, äh, Dwayne Johnson meine ich. Ich weiß gar nicht, dass es noch einen neuen Film gibt. Fuck, mir fällt grad nicht mal ein, um was es ging. Mit der Rock... Ah, wie hieß denn der? Ohne Witz, fällt mir grad auch nicht rein. Also, wüsste gar nicht, dass der einen neuen Film gemacht hat. Pisser. Mit Dwayne Johnson, sag mal. Ich kenn doch mal alle seine Filme über... Wie hieß denn der Kack-Film? Ich weiß grad nicht mehr mehr, um was es ging. Welten Untergang, kann das sein? Welten Untergang? Ich weiß nur noch, dass die Vorschau voll geil war. Alla, ich krieg den zweiten Sprung mit hin. Also... Joah, Jackpot, Baby! Hast du es geschafft, oder was? Trippel Sprung. Trippel Sprung, du mich auch, ey. Stimmt, Trippel Sprung. Verdammt. War am letzten Block. Jetzt parkt das bestimmt. Dann geb ich aber direkt auf. Was? Bubble doch kein Scheiß. Doch, ich hab keine Lust mehr. Oh, ey, nee. Den letzten muss man Doppel Sprung machen, glaub ich. Das ist ein... Ich glaub das ist ein Vierer Sprung, oder? Ja... Achso, ich weiß, was du meinst. In Ordnung. Alter! Jetzt spring doch wenigstens, ey! Ich muss erstmal versorgen, dass ich genug Vorschau kann. Jetzt muss ich Gas geben. Haha! Nein! Zum Glück... Nein! Ah, fuck! Zum Glück drehen, dass ich nicht umschläge mich nochmal runter, ey! Geh weg! Geh doch weg! Hast du dich hoch? Ja, kommen die doch vor. Haha! Alter! Scheiße! Oh, ey! Ja, auf komm mach hin. Ich mach dir jetzt nichts mehr. Die ist runtergefallen. Ja, lass dir trotzdem vor. Das kann doch nicht sein, dass wir bei so einem billigen Scheiß da jetzt wieder versagen. Oh, ey, ey! Das gibt's doch nicht. Ey! Nein! Nein! Was war jetzt? Letzter... Nein! Ich bin drüber rausgerutscht! Ich bin drüber rausgerutscht! Oh Mann, Akun! Der Bayer ist zu blöd zum Spielen! So eine Scheiße, verdammt, ey! Das gibt's nicht! Ich bin drinnen! Ich bin drinnen! Oh! Das gibt's nicht! Eins! Oh, Bayer! Jetzt konzentrier dich, ey! Das gibt's nicht! Ich bin drüber rausgeschmückt! Ja, den hast du jetzt wenigstens raus hier, den Sprung! Ja, ja! Den hab ich jetzt! Ja, der letzte ist auch eigentlich einfach! Ja, jetzt muss ich nochmal zurück! Ich glaub, das schaffst du nicht! Das war nämlich der Weite! Das ist der... Ich glaub, das ist ein Vierer, oder? Eins! Kannst du jetzt nicht sehen hier richtig! Ja, doch, das müssen Vierer sein! Ah, doch! Der Sprung, ja! Der vorletzte musst du Doppelsprung machen! Ja, da muss man Doppelsprung! Verdammt! Letzte Chance! Haha! So was dämliches! Alter, warum ist die Musik schon wieder aus? Weil die nur ne gewisse Zeit... Ja, aber die gehen doch nochmal länger als nur, keine Ahnung... 2-3 Minuten... Und jetzt durchjumpen, theoretisch... Ehhh! Ehhh! Oh, jetzt bin ich ins Wasser gefallen! Take a minute to look at ya! Just endless ocean all the way around! It's quite peaceful! Hä? Ich weiß doch gar nicht, was da steht! Boah, das ist eine lange Leiter! Ach du Scheiße, das ist auch wieder ein Vierer, oder? Ja, das muss man auf einem nehmen, ey! Du Scheiße! Ach du Scheiße! Also der erste Sprung ist schon mal ein langer Sprung! Oh! Du hingst bei mir eben kurz an der Säule! Wie stehen geblieben, oder was? Keine Ahnung, was da war! Oh Mann! Also das Eis verfluche ich jetzt schon, gell? Ja, das ist echt scheiße! Oh! Jetzt sag mal, was für ein Film, ey! Ich weiß das immer! Ach egal, ich google's kurz! Guck mal, was denn da ist? Ja, das ist egal! Boah, guck mal, das... Ach nee, ich lass lieber das ins Wasser schicken, sonst schirfst du vielleicht... San Andreas, genau! Genau, Kalastrophenfilm San Andreas. Das sagt mir gar nichts, ey. Es geht wahrscheinlich um die San Andreas Verwerfung. Muss ich mir mal angucken. Also Trailer halt. Alter! Was ist denn das für ein scheiß Sprung? Was steht da oben drauf? Keine Ahnung. Look at your surroundings. Also außen rum gucken. Was wollen die? Achso, man soll den Ozean außen rum angucken. Das ist so friedvoll. Wow, toll. Ja, das ist schön. Ich bin jetzt so. Okay. Bubble net. Oh ne, jetzt muss ich auch noch Gas geben, ey. Boah, das hast du mit dem Doppelsprung gemacht, oder? Ja. Alter. Ey. Alter. Nervig. Ey. Alter. Ey. Du hast mir immer noch mehr Druck, ey. Ey. Das gibt's nicht. You are doing nicely. Bad puns. For the win. Ach du meine Fresse, ey. Jetzt wird's nochmal richtig assi hier. Boah, ich muss Gas geben, ey. Oh. Jod. Ich hab's vergeigt. Boah. Ich komm da nicht drauf, Mann. Mimimi. Ey. Hey. Hey. Oh. Nein. Ich bin drüber rausgerutscht. Scheiß Dreck. Hä? Ich hab aber schon mal richtig Assi hier. Schiff gedrückt, ey. Ja, komm. Bad puns. 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 Yeah. Apple puns. Apple puns. Yeah. Du scheiß mich weit gefetzt. Alter, wie das jetzt schafft immer beim ersten Mal, ey. Ey. Warum rutsche ich früher raus? Aber du kein, äh. Ich drück auf Shift. Ich drück auf Shift. Verdammt. Jetzt hab ich kein Shift gedrückt. In dem Moment, wo ich dir sag, man muss Shift drücken, drück ich kein Shift. Ah. Ich bin Depp. Äh. Ja. Ja. Ich drück nämlich doppelt. Also ich bleib auf Leertaste gedrückt die ganze Zeit. Äh. Ah. Verdammt. Boah. Ich hätt das so oft schon gepackt. Oh. 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 Oh.